Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schon mehrmals hat Armin Amrain da bei uns in der Studioküche ein Boulet-Gericht vorgestellt. Und auch heute ist er wieder zu Gast bei uns. Darum gerade am Anfang meine Frage, was gibt es heute? Es ist diesmal leicht exotisch, ein wenig scharf, ein wenig süss, kurz ein Kokos-Boulet. Grüezi miteinander. Alle Boulet sind bei uns im Moment übrigens günstiger, auch diese aus kontrollierter Freelandhaltung, wie es Armin Amrain ausgesucht hat. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Coop-Natura-Boulet und einem gewöhnlichen? Es hat einfach mehr Geschmack. Tiere werden fast doppelt so alt wie bei der konventionellen Aufzucht. Darum ist die Struktur des Fleisch ausgereift und das spürt man sofort am festeren Biss. Hier sieht man auch gerade, wo diese Tiere herkommen. Sie baden gerne im Staub. Darum gehört das Staubbad zu der Richtlinie für die Freelandhaltung der Coop-Natura-Boulet. Daneben können sich Tiere mit Sand, mit Hobbelspänen, mit Häckseln und auf der Weide beschäftigen. Und im Futter darf es weder Wachstumsförderer noch tierisches Eiweiss haben. Die bluten Hälse, die wir hier sehen, sind übrigens ein typisches Merkmal dieser Tiere. Das ist eine uralte Rasse, Siebenbürger Nackthals, die sich besonders gut für die Freelandhaltung eignet. Bitte Armin. Das Boulé in 8-10 Stück schneiden. Dann mit geiem Pfeffer und Salz leicht würzen. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Peperoncini in feine Streifchen. Ingwer in feine Schiebeln schneiden. Einen Vanillestengel auskratzen. Und Kokosraspel in Milch aufkochen und ein wenig abkühlen lassen. Nach diesen Vorbereitungen Bouletteilen in Öl anbraten. Dann rausnehmen und das überschüssige Fett abgiessen. Wir unterbrechen jetzt das Rezept kurz und machen weiter mit dem Go-Profit-Superspiel. 5x25 Reisen für zwei Personen mit dem Zug auf Zürich an die Titanic-Ausstellung, inklusive Mittagessen. Im Gesamtwert von mehr als 20'000 Franken werden offeriert von der folgenden Marke. Emmi Quark-Creme, das Dessert-Erlebnis für Geniesser. Aloe Vera, das Wellness-Joghurt mit Vitamin C. Mondial Orangensaft Superieur mit Fruchtfleisch und 100% Fruchtanteil. Hero Le Frui, in Einzelportionen ohne Kristallzucker. Und nicht zuletzt Twinings Earl Grey, der richtige Weg zum Tee mit dem besten Aroma. Herzliche Gratulation allen, die gewonnen haben. Diese Woche startet auch der Go-Profit-Super-Treffer wieder. Und zwar mit einem richtigen Knüller, einem neuen VW Bora im Wert von 25'830 Franken. Der neue Volkswagen bietet ein höchstes Mass an Sicherheit, hochwertige und langlebige Verarbeitungsqualität und besonderen Fahrkomfort. Die Verbindung von seinem dynamischen Design mit der umfangreichen Serienausstattung macht das Fahrvergnügen mit dieser sportlichen Limousine perfekt. Die scharfe Genüge serienmässig kann man heute also im Go-Profit-Super-Treffer gewinnen. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblicken die richtige Zahl ermittelt. Und wir schauen jetzt, wer das mal Glück gehabt hat. Die Gewinnzahl lautet... 0, 7, 6, 0, 3, 2, 3, 6, 9, 3. Diese Karte müssen wir gewinnen, den Go-Profit-Super-Treffer, den VW Bora. Herzliche Gratulation der glücklichen Gewinnerin oder dem Gewinner. In 14 Tagen gibt es dann eine neue Chance. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Rezepts aus der Studioküche. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und drei Viertel der Peperoncini im Brot davon kurz adämpfen. Mit der Kokosmilch und Hühnerbuyot ablöschen und Palati dazugeben. Die Sauce wie vorher hat schon das Boulé mit Geiern und Salz würzen. Das Vanillemark mitsamt der Schotten dazugeben. Die Boulé-Stücke werden 30 bis 40 Minuten halb zudeckt lassen lassen, dann rausnehmen und warmstellen. Die Sauce, wenn nötig, ein wenig einkochen lassen, über das Boulé verteilen und mit den restlichen Kokosraspel und Peperoncini garnieren. Und dazu passt natürlich ein weisser Reis. Danke Armin. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, kommen Sie bei uns jetzt alle Boulé günstiger rüber. Neben anderen tollen Aktionen, wie zum Beispiel... Alle Knorr-Litersuppen sind 60 Kroppen günstiger. Und 30 Arni-Branchen bekommen Sie über für nur 7,90. Mit der Go-Profit-Karte gibt es Schikore zum halben Preis, denn Sie wissen ja... Go-Profit Plus. Vorzeigen. Sofort profitieren. Das war es für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und wieder einen schönen Abend.